Ja, und da begrüße ich euch wieder bei Call of Duty Ghosts. Im Niemandsland befinden wir uns jetzt, wo relativ wenig Leute sind und wir sind immer noch an der Ort von Logan und gehen hier mit Hash dorthin, wo wir aufgewachsen sind, nach Hause. Und natürlich auch wieder mit fachmännischer Unterstützung von unserem Hund Riley. Dadurch, dass die Föderation die USA angegriffen hat, ist jetzt hier überall ein Trümmerfeld. Und wir führen jetzt sozusagen eine kleine Expedition an, sag ich mal, um Daten vom Feind zu sammeln. Ich wünsche euch viel Spaß. Gut möglich. Ach, die alte Kirche. Ob die Kirche auch noch lange stehen bleibt, ich weiß nicht. Ich wäre noch nie ein Freund von der Kirche. Oh! Ich glaube, da geht keiner mehr beten. Na, das war's mit der Kirche. Klingt nach Ärger. Riley fittert? Ja, irgendetwas. Okay, wie mache ich das? Mit Riley synchronisieren. Ja, in Ordnung. Gut, die Weste ist mit deiner Kamera synchronisiert. Damit leitest du ihn. Okay. Er wird dir folgen. Nice, das kann Riley steuern. Sie sollen sich trennen. Den Laden zuerst ausscheiden. So. Boah, krass. Wo ist der andere? Ich glaube, der ist da drin. Da ist er. Den schnappe ich mir. In Ordnung, Logan. Lass Riley die Häuser durchzuholen. Wir wollen keine Nachtsiegler. Okay. Warte, ein Scharfschützer auf dem Balkon. Okay. Der gehört mir. Okay. Okay. Zuerst die Wache ausschalten. Frage, wo ist die Wache? Alter, Riley ist echt schon ein heftiger Hund. Ohne Scheiß. Da hätte ich auch Angst. Drin sind noch welche. Hat sie jetzt eigentlich denen das Gesicht rausgebissen? Oh, wo hat der hingebissen? Das sieht man gar nicht. Soviel zum Thema 100% Uncut. Riley, so. Riley, so. Sicher. Mir nach. Tobias. Soviel zum Thema. Wie ist dieser? Was? Ich weiß, der ist ein Heli. Geil gemacht, Rally. Das sieht doch irgendwie aus wie die restlichen Überreste von Naodin, oder? Ey! Dann kommt ihr denn plötzlich alle aus euren Löchern raus, ihr Idioten. Komm, Rally, hol'n dir. Ey, 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 ey. Komm, rennen wir da mal drin mit der Schrotze. Nö, die ist nicht wirklich weit. Leider, aber dann kommt dann immer die Knarre mit. Ist eigentlich die gleiche, die wir hier auch haben? Jo. Oh, zwei, die gleiche Knarre. Ich bin hinter der Herrsch. An mir kommt keiner vorbei. Und als Absicherung haben wir ja noch Rally. Ganz hinten. Okay, jetzt bist du in der Mitte. Dann sichere ich jetzt hinten ab. Die Spuren sind frisch. Welche Spuren? Die sind wohl hier lang. Ach, die Spuren. Fahrzeuge nähern sich nach rechts. Oh, der Rally sieht so ein bisschen vom Gesicht her aus wie der Hund, den meine Oma hat. Ich hatte mich jetzt nicht gesehen. Gute. Perfekt. Warte. Nachzückler da rechts. Zwei Uhr. Ja, ausschalten. Guter, junger Riley. Unten bleiben, wir folgen. Alter Schwede, hier sind ja richtig viele Idioten. Da sind es echt ein bisschen unten. Jackpot. Stalker haben ein riesiges freundliches Lager genau vor uns. Seh uns das mal an. Mit Riley synchronisieren und los geht's. Ja, und jetzt? Ruhrfeindaktivität hier. Ganz langsam und vorsichtig. Seh sicher, ob du irgendwas finden kannst. Nicht vergessen, langsam und vorsichtig. Riley im Gras verstecken. Hm. Oh, wie wär's hier rüberkommen? Loll, dass die mich hier nicht sehen. Guter Treffer. Was die anderen, die sich gehört haben, wundert mich ein bisschen. Okay, wir sind dritten. Mal sehen, was hier vor sich geht. So, nach 50 Meter. Ja, ne, hier sind zu viele, die können wir nicht alle auf einmal ausschalten. Scheiße, Idiot, kommt zurück. Kannst du dich bitte wieder umdrehen? Außer Sicht bleiben. Du hast eine der Wachen alarmiert. Das ist natürlich schlecht. Also, diese Stance-Mission mit dem Hund, alter, die ist bisher immer... Souveran. Mal sehen, was hier los ist. Guten Tag. Hast du die Maske von dem Kerl gesehen? Wie schön, dass du hier bist. Was ist los? Man könnte meinen, du hast deinen Geist gesehen. Ja, wärst du gar nicht. Das ist wirklich zu schade. Ja. Äh, du hast doch nicht geglaubt, dass ich es dir leicht mache. Oh nein. Wir beide haben wirklich viel nachzuholen. Und ihn auch. Operation Heimkehr fährt wie geplant vor. Feuerbasis Charlie. Operation Heimkehr. Viking, wie lautet eure Position? Die Jungs haut mal besser rein und kommen, sonst bleibt ihr hier zurück. Verstanden. Sind auf dem Weg. Markiere den Sammelpunkt. Hol Riley daraus. Wir treffen uns am Ausgang. Gegner. Leiter Riley zum südlichen Sammelpunkt. Guter, junger Riley. Boah, Alter. Bewegung. Storger 6 wird auf dem Weg zurück. Huiuiuiui. Das war knapp. Was ist denn jetzt los? Alter, das sah ja fast aus. Was ist mit dem Hund los? Wow, etwas langsamer. Irgendwas stoppt nicht. Oh, was hat Riley gesehen? Was ist los, Junge? Was siehst du? Scheiße. Lol, Wölfe. Alter, du Mistbiest. Alter, du beißt mir ganz sicherlich ins Gesicht, Alter. Ich tricke doch... Oh, danke, Riley. Nein. Du mieses Drecksbiest. Wie sieht verloren aus? Sind wir nicht. Wer haben unser Ziel gefunden? Kapitän Merrick? Walker? Ich glaube, du hast was für mich. Die Föderation hat einen Kerl zur Feuerbasis Charlie gebracht. Wird er vermisst? Yeah. Hey, Jax. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Ihr könnt mit uns kommen. Macht aber, was ich sage und wenn ich es sage. Verstanden? Ja, Sir. Okay, jetzt sind wir also den Ghost begegnet. Ziel erfüllt. Erreichen Sie Feuerbasis Charlie. Wo ist der Kollege? Achso, der steht hier. Gehen wir auch in Deckung? Zög' auf der Straße. Das Geberge. Okay, Keegan. Im Auge behalten und Deckung geben. Ihr Walkers kommen mit mir. Okay, Keegan. Es kann losgehen. Feuer frei! Hey, jetzt sollten wir vielleicht mal eine... ...Sniper schnappen. Nehmen wir uns die einfach mal mit, die Sniper. Die könnten so ein bisschen noch nützlich sein. Wo war da eine? Loll, ne Schrotze. Loll! Wo wäre ich beschossen? Okay, ich folge dir. Keegan, geh vor! Bring uns in Richtung Stadion! Ajax hat nicht mehr langt. Kann doch gar Quickscope mit. Dann macht ja keiner das so an. Sie kamen aus den Schatten und verschwanden im Licht. Außerhalb der Mauer lag ihr Ruf über dem Niemandsland wie eine Wolke aus Furcht. Eine viel effektivere Waffe als aller Stahl der Welt. Merrick und Keegan, das waren die Männer, von denen Dad sprach. Die Ghosts. Und jemand legte sich mit ihnen an. Sie waren unterwegs nach San Diego, Föderationsgebiet, um ihren Mann Ajax zu suchen. Ghosts. Wir haben sie uns nur vorgestellt. Jetzt wollen wir zu ihnen gehören. Alter. Sicht uns das Stadion genauer an. Feindliche Patrouille, weitersuchen. Er ist nicht auf dem Feld. Such bei der Pressetribüne. Was sind hier in der Pressetribüne? Hä? Es ist nicht geladen. Das Feld ist frei. Etwas ist auf der zweiten Ebene über dem Schlagmal. Ich weiß zwar kräftig. Na, guck mal auf der rechten Seite, wo er da ist. Vergrößern. Genau da. Vergrößern. Alter, guter. Das ist unser Junge. Das ist unser Junge. Das ist unser Junge. Das ist unser Junge. Sie verlegen ihn. Wir müssen los. Gehen wir da rein. Was ist mit Verstärkung? Dafür bist du da. Dafür bin ich da? Geil, ich bin Verstärkung. Der Konvoi nähert sich. Schnapp dir den Granatwerfer. Okay. Präzise zielen. Wir müssen die Sprengsätze später auslösen. Da kommen sie. Merkiert die Trucks. Treffer. Treffer bestätigt. Das hat gesessen. Konvoi ist weg. Weiter. Weiter. Ja, wohin denn? Logan, komm zurück. Ach, ich soll einsteigen. Ja, muss man mir doch sagen. Ich bin immer lernwillig. Sie verlegen Ajax. Unser Fenster schließt sich schnell. Wir greifen beim Schlagmaler. Darf ich uns dann vor. Wir haben uns den Traum. Zünder die Sprengsätze. Zünder. Zünder. Loll. 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 Leute, wir gehen nach oben. Ach, das sind Feinde! Ich wundere mich schon, warum die Pender da einfach so rumstehen und nichts tun. Ach, nein, bei uns noch hier die... Ach, nein, bei der Knarre. Schnell, bevor ihr noch mehr auftauchen. Los, Aidex hackt nicht mehr lange. So, da war noch einer. Aidex sollte hier oben sein. Finger am Abzug. Hier genau sollten Sie Aidex festhalten. Ja, das hört sich so aus. Du schießt, wir stürmen rein. Wo ist er? 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 Ich weiß nicht, wo er ist. Riley hat eine vierte. Los jetzt. No, no, you, 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 you. Der nicht redet, wird umgebracht. Oh, scheiße. Erledige die Raketenwerfer mit dem Scharfschutz. Alles klar. Alles klar, sicher. Alles klar, sicher. Kalibar 50, alter, da wird kein Auge trocken. Los, Riley, geht voraus. Sicher. Ich hab keine Ahnung, wo wir weiter müssen, ihr wisst das nur, ihr seid die Ghosts. Dafür haben wir keine Zeit, Gasmasken auf. Gasmasken auf? Trenn Gas unter dem Tod durchwerfen. Okay. 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 Da ist eine Art und zur Zukunft sind soll. Nicht ausschaut. Die Nade habe ich aber extrem spät erst gesehen. Das ist natürlich blöd gewesen. Das ist geil gewesen. Auf meinen Köter jetzt abzuschießen. Achso, ein Slogan da drin. Das ist ein Slogan, das ist ein Slogan. Das ist ein Slogan. Das ist ein Slogan. Alter, willst du mich hier mal ganz fett rollen? Weil ich gehe ja mal rein und töte den Bastard da hinten. Ah, ich habe gleich keine Munition mehr. Das war eine Zweitwaffe. Was ist das hier für ein geiles Gewehr? Gesichert. Ja, dann nehmen wir die AK-12, die ich auch extrem gerne in Battlefield spiele. Die ist richtig geil, die Waffe. Riley hat die Fährte wieder aufgenommen. Ja, ein Hotdog. Wir sind nah dran. Na Riley, ist gut, deine Fährte wieder. Wo müssen wir lang? Keegan, Logan, such deinen anderen Eingang. Wir warten auf den Zeichen. Du und ich, Logan. Warum kriegst du denn da zuerst durch, Digga? Wenn ich da eigentlich schon fast durch war. Na gut, ich... ...halte mich ein bisschen im Hintergrund. Hier ist ein Eingang. Wer ist damit? Wir haben eine halbe Tür. Keine Waren. Wir warten auf dein Zeichen. Logan, geh zu dieser Tür. Wir räuchten sie auf. Vorstoß entfällt. Wir brauchen! Ja, es war die Woche! Geht was. So, Riley, er hat Ajax gefunden. Nice. Ajax! Es tut mir leider leid, dass ich jetzt eine kurze Pause machen muss, aber ich bin...